Jo, hallo Leute und willkommen zurück zu Crysis 2. So, wir sind hier, ja, hier mit einem Kampf immer noch. Und ich habe ja am letzten Part noch am Ende gesagt, es sieht ja nach dem Ende aus. Habe ich einen Kollegen letztens noch gefragt, wie weit ich ungefähr bin. Und dann meinte er, ich hatte noch irgendwie schon einiges zu spielen und warum wacke er sich hier gerade? Eeeh, joa. Also auf jeden Fall habe ich noch so einiges zu spielen, meinte er. Und, äh, also nicht so einiges, aber das ist noch nicht zu Ende, jedenfalls. Irgendwie, irgendwie kann ich hier nicht gar nicht treffen. Nicht lustig, aber okay. Die kann ich treffen, aber irgendwie, die normalen Typen irgendwie nicht, ne? Bevor die sind jetzt vielleicht auf meiner Seite, weiß ich. Äh, äh. Ich komme gerade ein bisschen nicht klar. Crick's Death of Breath, ah. Mal, muss jetzt wieder ins Spiel reinkommen. Okay, ich komme dir gar nicht mehr klar. Schon spiel vor noch ein, zwei Tage nicht mehr schon, kommen wir mit dem Spiel. Ich habe klar. Ich glaube, ich mache nochmal daraus. Hier bin ich kurz sicher. Ma. Äh, 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 nö, 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 nö. Donate. Wow. Seid nicht so cross drauf. Äh, ich, äh, nein, nicht die Waffe. Nein. Hier. Äh, hier wollte ich schon ganz schnell ein... Kann man hat. Nerver. Äh, vielleicht die Schrotflinte war schon mal draus. Aber das nö, nö, nö. Los. Treffen hier die Dinger hin. Hm. Die Schrotflinte ist hier schon gut. So. Oh. Munition für Schrot zu Ende. Äh, äh. Dann nehme ich mal... Ah, hier kann ich... Nein. Mensch. Hier. Granatenwerfer. Der ist doch ganz interessant, aber in diesem Grad gar keine... Also mach ich mal wieder in normalen Modus. So, also in Ordnung. Ach. Ich stelle wieder, vergesse wieder mein Timing zu setzen. Mensch, ganz schnell. Alles gut, so. Da, die ist die Stadt. Wow. Wir sind da abgeschmiert. Äh, welche Richtung da dann, ne? Können wir so'n Ding mitnehmen. Könnte mir ja gleich mal wirklich vielleicht mal behilflich sein, aber... Ja, ich weiß nicht. Ah ja, letztens hatte ich das Problem. Ich hatte keine Ahnung, in welche Richtung ich jetzt gehen sollte. Ah, doch, 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 jetzt, jetzt weiß ich es wieder. Das war hier oben. Ja, genau. Ne, doch nicht. Das war hier unten, hier oben. Was ist denn jetzt los? Wollah? Das irritiert mich grad'n bisschen, oder? Wie teff? Wie lang? Ähm, das ist echt schön, Menschen. Weg nicht sehe, oder? Ich würde sagen, da hoch, aber irgendwie sehe ich ja keinen Weg, oder? So, jetzt nicht schießen, Weg. Was ist los? Wollang? Welch ne, wenn wir jetzt sagen würden? Hm, äh, ich will mich nicht so blöd anstellen. Aber offenbar... Ist uns zu spät. Hä? Was ist denn hier los? Wollang? Was ist denn hier los? Hey, bin ich so hängen geblieben, oder ist... Äh, ach! Ah, ich bin noch voll gekloppt. Klar. Ich habe das nicht gesehen, aber... Ne, L-Tag und eine... Äh, L-Tag, L-Tag, ich weiß nicht. So, Munition aufheben, auf jeden Fall. Äh, Munition aufheben. Ähm, was soll ich L-Tag? Aber ich finde die Waffe geil. Ne, komm, L-Tag... Ich weiß, der kann schon wie gar nicht umgehen, aber... Ne. Ich scheiß mal einfach drauf und gehen einfach mal weiter. Passt schon so. Doch, das sind meine Kollegen. Ah, cool, die sind jetzt meine Kollegen. Das ist schön. Wow, was ist... Oh. Ne. Hallo. Das ist einfach übel. Dann kann ich jetzt meinen, ähm... Hier. Was für hier denn war? Oh, Backe! Mach. Okay, der ist weg. Hm, langsam komme ich irgendwie gar nicht mehr klar, was hier abgeht. Von allen Seiten kommt was und ich, äh... Komm, mein Schatz, klar. Vor ein paar Minuten dachte ich noch, die werden meine Feinde. Obwohl die irgendwie noch Kollegen waren. Mal drauf. Was ist da? So. Da ist noch ein Fetter, oder? Da muss doch noch ein Fetter sein. Wir müssen zurück nach Manhattan. Ohne den Anzug verlieren wir alles. Zurück nach Manhattan. Ja, warte, ich sammle noch kurz alles ein und dann geht's weiter. So. Dann können wir, äh... So. Alles schön tot. Kannst du die Katalysatoren einsammeln. Gucken, wie viel habe ich aber schon. Vielleicht könnte ich mal nochmal... Ja, ich könnte nochmal ein bisschen sparen und auf Tanzfeld suche, weil... Wo ist unbedingt ein... Liefer der erhöhten Schutz vor feindlichen Beschuss durch unbedingt einen von Kugeln. Oh, das ist mal schön, aber... Nano-Wiederaufladung sehe ich ein bisschen praktischer, weil ich benutze das sehr oft und, naja. Fände es halt besser, wenn es schnell aufgeladen ist. Und Tatenfallsuche, gucke ich mir da gleich an, wenn ich mal die 16.000 zusammengekratzt habe. So. Dann gehen wir mal weiter. Auf die Bridge, man. Auf die Bridge. Ob es wohl ein Leben nach dem Tod gibt? Engelschöre? Oder eine Flammengrube? Man vergisst diese Bilder mit der Zeit. Aber wer als Kind die Hölle fürchten gelernt hat, ist davon nie ganz frei. Um die Wahrheit zu sagen, ich hatte bereits... Wie hier alles weggebombt wird, ey. Das ist einfach krank. Und dieses hier kommt dem Fegefeuer ziemlich nahe. Fast 50 Jahre in eisgekühltem Gelee zu schweben, wie ein medizinisches Versuchsexemplar. Mit Gedanken... Was? Ich komme von Prisoner of the Rock. Achso, Volker. So, meine Kollegen. Schön, dass jetzt meine Kollegen sind, weil am Anfang tötigt die alle und jetzt, äh, Kollege. Uh, eine Mike-Gepair. Dies ist geil. Eine Mike, ey. Boah, die sind richtig übel gegen die Typen. Boah, wie schnell die die fertig machen, das Ding. Ja, 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 ist gut, ist gut. Aber ich fände es auch schön, wenn die hier alles mal tot wären. Äh, na. Ah, da oben. Der lebt mir, ja, okay, jetzt ist er aber tot. Nee, da komme ich nicht durch. Dann gehe ich mal von rechts außen. Hm, ich glaube, die sind die alle gerade, alle oben, kann das sein. Ich kann so ein Völker nicht nachladen. Eine Gauss. Na, Mann. Ist das geil, aber... Ah, ich weiß nicht. Du bist du behebt. Mami. Komm, komm, mach. Mach den fertig, mach den fertig. Boah, kacke. Kacke, war das jetzt knapp, ey. Leck mich, man. Alter. So ein bisschen. Übel. Ja, nee, dann, äh, weil die jetzt schon fast leer ist. Ich würde jetzt einfach mal die Gauss mehr zu. Richtig übel. Jetzt ist die weg. Ganz bestimmt, jetzt ist sie weg. Ich will mich doch verarschen. Ha, die wollen mich verarschen. Oh, ich will mich doch verarschen. Ja. Ja. Ich will mich verarschen. Na, der Junge. Ja. Ich will mich gar nichts hier. Von wegen gute Waffe und so. Wow. Kacke. Kacke war das mal wieder knapp, ey. Ich spielte gar keine Munition mehr, oder? Ja, die Kämpfe sind jetzt gerade richtig, richtig übel, ey. Na, das ist schade, dass ich keine Munition für die aufheben kann, wäre richtig geil. Boah, wie übel einfach, die Kämpfe jetzt am Moment sind, ey. Ich bin einfach mal am Ausrasten. Ich bin einfach mal hoch. Ah, das ist in ein Richtung. Soldat. Soldat. Kann ich mal sterben, ey. Da oben ist einer, ey. Ja, 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 ja. Ich hab' Zeit, ja, lass, nach. doch komm jetzt raus ach drauf geschissen auf den erster verleten das war unsichtbar und laufen jetzt ein bisschen durch habe ich jetzt schon eine zeitlang nicht mehr gemacht hier unsichtbar aber ich habe kein auto immer noch ja ist klar okay er bewegt sich hoch hoch alter übel die ganze Brücke ist voll abgeschmiert Rau, ja schwer dass mal so ein Auto vorbeikommt boah, die ganze Brücke ist abgeschmiert einhundert Prozent Tom-Uster-Iteration installiert alle Systeme online Einsatzbereit Okay, so sehen wir das. Und jetzt bewegen wir ihn. Wir machen den Schwer-Land Empire. Ich finde, dass wir einfach mal so in einigen Gebieten, zum Beispiel, jetzt bin ich abgeschmiert da auf der Brücke, dann ist er von alleine schon zum Sandal Park gegangen. Das wäre jetzt zum Beispiel, wäre es ab und zu ein bisschen blöd, immer selber hinzulaufen. Ein langer Weg. So, wir sind mal im Wasser. Ich dachte, wir wären schon da. Der Anzug ist es. Elka-Crest und der Anzug, beides zusammen. Das ist die Waffe. Er. Geno, irgendwas? Nichts, ma'am. Durchsuchung beendet. Wir arbeiten uns entlang der Küste zurück. Ich glaube nicht, dass wir... Da! Das ist sein Signal. Das ist er! Zurück zu den Fahrzeugen. Wir haben ihn. Hier drüben. Hier lang, hierher! Ja, ich komme. Äh, so, ich dachte jetzt, ähm, wir wären jetzt direkt im Central Park, weil... Da ist irgendwie, in der Katzin da irgendwie direkt hingeflogen, das ist, keine Ahnung. Was weiß ich. Meine Güte. Ich dachte, sie wären auf dem Grund des Flusses. Ne, ich kann schwimmen. So. Bye-bye, Hargit. Jetzt sind wir wohl aus uns bestand. Ach, schön, Sie zu sehen, Mann. Hören Sie, ich hab mir überlegt, dass Sie vielleicht, äh... Später, Professor, halten Sie die Vorlesung unterwegs. Hier entlang. Los! Schön, Sie wieder zu sehen, Mann. Schöne Sache. Ja, also ich habe alle meine Waffen verloren. Alcatraz. Mann, Sie haben es geschafft. Ich will sie nicht haben. Jee. Geh weg, Pistole. Ich will sie nicht haben. So. Das ist in Ordnung. Haha. Alcatraz, es geht um dieses Stück aus Profits Gedächtnis. Wie es aussieht, liegt die Basis der Chef direkt unter dem Wasserspeicher im Central Park und Profit war drin. Dort ist die Hauptregulierung der Sporen. Dort wird alles ausgelöst. Wenn wir sie und den Anzug da reinkriegen, haben wir eine Chance, die gesamte Invasion zu stoppen. Aber wir müssen in den Park, solange noch Zeit ist. Boah. Das ist der Kanal, Mann. Legen Sie los. Colonel Barclay, hier ist die Penentara Strickland im Auftrag der Special Operations Group. Wir sind unterwegs zum Central Park mit einer Waffe, die den CEP-Angriff stoppen kann. Wir verfügen gleichzeitig sehr über 20 Brauchmittel, aber wir brauchen Luftunterstützung. Können Sie uns unterstützen? Miss Strickland, hier Spaten. Hört Sie gut zu. Ich hatte gerade einen Streit mit dem Pettacott. Die wollen einen tanken-Spring-Kopf auf dem Stabwerfen. Boah. Spring-Kopf. Die Stadt ist immer noch voller Menschen und Brooklyn-Jerney, der Fallout. Sie können das nicht überleben. Das wäre Miss Strickland. Ich betrachte das als notwendiges Offen, um die CEP aufzuhalten. Und ich habe leider keine guten Alternativen. Sie haben jetzt nur wenig Zeitung, um zu tun, was über Sie vorhaben. Danach verstehen Sie Miss Strickland. Hagerty, Sir. Professor Gould hat mich überzeugt, dass wir eine Chance haben. Aber wir müssen jetzt handeln. Ich wiederhole, können Sie uns unterstützen? Und los. Ein Tag, was? Nach vorne. Also jetzt alles unter dem Central Park ist, unter dem See oder im See. Und nicht so ganz, ähm, achschau. Also mehr sehen. Boah, ich liebe den Panzer einfeier, der ist so geil Alle tot So, der ist auch Schrott So, das sind meine Kollegen Okay, das soll sich mal lieber lassen Boah, die ganzen komischen Hier, Säulen von den Typen Wow, what the, wow Krass, krass Ich wollte mit dem Panzer aber noch fahren Lebt noch, ja Liege Ja, dann mach Schnell mal alle markieren Ich kann, ah, da gibt's drei Wege, hier Ach so, nee, ist ein Nachschub, nee, es gibt noch einen Weg Da ist ein Nachschub, da ist ein Nachschub, da ist ein Nachschub Ich ballere dem irgendwie einfach nur irgendwo drauf, das lohnt sich auch mal nicht Äh, ja, den Kopf vollern Ich könnte jetzt auch, ach, 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 ich könnte jetzt auch einfach vorbeischleichen, ey Ist auch so eine Möglichkeit, aber Hier sind zu viele Ich müsste irgendwo anfangen Ich fang mal hier an So Dann arbeite ich mich mal hier nach vorne vor So 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 Oh, schade Läuft auch gut, läuft auch gut Okay, jetzt ist es Oh, jetzt ist aber scheiße Na, echt nicht gut, echt nicht Puh Puh, ey So So Die zwei anderen könnte ich auch noch schnell töten Oh, 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 oh Wenn ich jetzt sterbe, ne, dann ist das Man, nein, 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 nein Na Fast gestorben wegen der Alpszone Ja, der hat gelitten So Da Kommt noch den ein So Na, sind glaube ich mal fürs erste Mal alle tot hier, ne Ja, der hat